Die Kribelmücke hat dich bedroht. Naja, wenn das jetzt weg geht, ist das doch gut, Siegfried. Du bist ja da immer sehr ängstlich. Du denkst da nicht normal. So schnell geht das nicht. Und irgendeiner hatte das mal erzählt, mit Blutvergiftungen und solchen Geschichten. Lange Zeit schwebte ja die Meer im Raum, dass Ilona Christen an einer Wunde, die hatte ja eine Wunde am Finger, hat man immer gelesen oder haben die Leute geschrieben. Und dann hat sie eine Blutvergiftung gekriegt und ist gestorben. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Die war da irgendwo, weiß ich nicht, und ist die Treppe runtergefallen und ein Knochen hat sich da verpiekt. und ihr habt ja eine Wunde angreifte.